Herzlich willkommen bei unserem heutigen Heiligenfeld-Podcast. Mein Name ist Katrin Schmidt und ich bin Kommunikationsmanagerin in den Heiligenfeld-Kliniken. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, das eigentlich jeder von uns kennt, aber das gesellschaftlich gesehen eher weniger thematisiert wird. Es geht um das Thema Wut. Hierzu habe ich mir jemanden eingeladen, nämlich den David Ihl. Er ist Psychologe bei uns in der Fachklinik und wir wollen heute zusammen über das Thema Wut sprechen. Hallo David. Hallo. Schön, dass du da bist und dir die Zeit für uns nimmst. David, erzähl mir mal, was ist denn eigentlich Wut? Also Wut ist erst mal ein Gefühl und ein Gefühl, was eigentlich bei uns jetzt, ja sagen wir jetzt mal eher als problematisch oft gesehen wird, weil nämlich, ja, wir lernen so, dass wir irgendwie uns anpassen, dass wir irgendwie das tun, was uns gesagt wird als Kinder. Und Wut als Gefühl sagt uns erst mal nur, dass uns irgendwas stört, dass uns irgendwas nicht passt. Und wie fühlt sich Wut an? Fühlt es jeder anders oder ist das eigentlich immer dasselbe Gefühl? Ja, das ist schon mal eine gute Frage, weil das kann ganz unterschiedlich sein und da geht es darum, so in den eigenen Körper zu schauen und zu schauen, wie fühlt sich denn Wut für mich an? Also es kann sich sehr verschieden anfühlen. Also wenn wir zum Beispiel Wut noch fühlen, dann kann sich das oft anfühlen, wie eine Unruhe, irgendwas sehr lebendiges, was im Bauch irgendwie auch ist, dort irgendwie so vielleicht kribbelt, warm ist, also Wärme. Oft ist auch der Kiefer ein bisschen angespannt oder die Hände sind warm. Ja, es ist eine sehr warme, lebendige Kraft. Genau. Und kann denn, kann jeder von uns Wut fühlen? Also das ist so das, was ich mich immer frage, weil wie du schon gesagt hast, wir Kinder, also als Kinder lernen wir ganz oft, wir müssen machen, was man uns sagt. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine kleine Tochter anschaue, die ist fünf und die kann Wut richtig gut. Also die ist echt, ja, die flippt dann richtig aus und die schreit von einer Sekunde auf die andere wie so ein richtiger Wutzwerg, sag ich jetzt mal. Und ich feiere das teilweise bei ihr, weil ich das toll finde, dass sie das kann. Mein Sohn zum Beispiel, der kriegt die Wut jetzt nicht so aus sich raus, der lernt es jetzt langsam auch, aber als Kinder, ja, wie du gesagt hast, man lernt irgendwie oft gar nicht, diese Wut zu spüren, sie zuzulassen, wie, ja, wie... Genau, ja. Also und wenn wir nämlich über längere Zeit lernen, dass, also als Kind lernen, dass unsere Wut nicht angebracht ist, dann gewöhnen wir uns an, dass wir sie nicht mehr spüren und das machen wir in unserem Körper, ne. Zum Beispiel, ja, spüren wir dann vielleicht überhaupt keine Wut mehr, weil wir es so lange gewohnt waren, das zu unterdrücken, sondern wir spüren einfach vielleicht nur ein Kloß im Bauch, ne, ein Härtegefühl im Bauch oder eine Anspannung im Nacken, ganz typischerweise. Eben auch dieses ganz feste Kiefer, wo wir denken, ne. Irgendwie Kieferschmerzen, aber vor allem auch diese Anspannung, ne. Eine Anspannung, ne. Und was machen wir, wenn wir spüren, die Wut kommt in uns hoch? Wie können wir das... Ja, erstmal die zulassen und zu fühlen, das ist schon mal das Erste, was ja nicht einfach ist, weil wenn ich wütend bin, dann fühle ich mich ja lebendig. Dann fühle ich mich wehrhaft, dann fühle ich mich groß und dann fühle ich mich stark. Und dann kommt oft der Impuls, ne, aus der Kindheit gelernt, sich klein zu machen, ne, diese Wut schnell wieder wegdrücken zu wollen, ne. Weil Wut ist ja tendenziell auch etwas, ähm, als Kind, was als Kind gefährlich ist, ne. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, auf meine Eltern stark wütend bin, ne, oder irgendwie, äh, schreie, mir sag, was nicht passt, dann ist da eine Person, die ist, ähm, vielleicht nicht verständnisvoll und die ist größer als ich, die ist stärker als ich, ne. Und die schickt mich vielleicht dann auf mein Zimmer, ne. Ja, geh auf dein Zimmer, wenn du dich so übernimmst, dann, ja, will ich nichts mit mir zu tun haben, das macht man nicht, oder so, ne. Geh auf dein Zimmer, ne. Und dann, wenn es über längere Zeit passiert, dann lerne ich als Kind, ne, lerne ich, ja, das ist nicht angebracht. Und damit meine Eltern mich gern haben, ne, oder ich, äh, mit meinen Eltern gut, ähm, zurechtkomme, lerne ich eben, diese Wut nicht mehr zu spüren, das wegzudrücken, ne. Und wie kann ich das lernen, sie zu spüren? Also, ihr macht es ja auch in der Klinik mit, ähm, den Patientinnen und Patienten, wenn die zu euch kommen, ähm, was, ja, wie arbeitet ihr da mit denen? Ja. Ja, ja, das geht viel über den Körper, genau. Mhm. Also, ich, ähm, ich arbeite auch, ähm, oft sehr provokant, ne, die Leute ein bisschen zu provozieren, ähm, und dann, ähm, sind die manchmal wütend und dann merkt man es an der Reaktion, ne. Manchmal kommen die überhaupt keine Reaktion, äh, manchmal sind die dann traurig oder so, ne, und dann zu sagen, ne, aber was stört die denn, was stört sie jetzt daran, was ich gesagt habe, ne, an den Anteil zu gehen, der sich eigentlich wehren möchte, der eigentlich weiß, ja, das passt für mich nicht, ne, das stimmt für mich nicht, was. Genau. Und das im Körper zu fühlen, ne, was fühlen sie im Körper, ne, da kommt vielleicht, ja gut, ähm, ja, ich fühle mich eigentlich leer, ähm, leer, ne, ich fühle mich jetzt leer. Mhm. Und dann sich dafür zu interessieren, aha, okay, sie fühlen sich leer, ne, aber, ne, was ist denn vielleicht hinter der Leere, zu sagen, ne, wo spüren sie denn diese Leere, ja, im Bauch, ne. Ja, und dann auch mal, auch mal durch Spiegelung der anderen Patientinnen, na, wie fühlen sich denn die anderen, wenn sie das hören, ne, die sagen oft, ja, na, ich bin wütend, ne, ich, ich fühle jetzt irgendwie eine Wärme in meinem Brustbereich, ich fühle mein, ich fühle in meinem Bauch so eine Kraft oder so, ich möchte eigentlich was sagen und so, ne. Und dann kriegen die Patientinnen auch oft mit, so, ja, das ist vielleicht okay, ne, auch wütend zu sein, ne. Und das erste ist, sich das irgendwie zu erlauben, auch so, ja, gut, bei meinen Eltern hat es vielleicht negative Konsequenzen gegeben, aber hier kann ich mir das erlauben, ne. Und das verändert Gefühle im Körper, ne. Und dann kommt vielleicht eine Wärme in der Brust oder irgendwas im Bauch, was, was sich stark anfühlt, ein Zittern, eine Lebendigkeit, ähm, warme Hände, genau. Und wie, was mache ich, also, wenn ich jetzt so richtig wütend bin, ne, dann, ähm, habe ich ja vielleicht auch manchmal das Gefühl, ich möchte jetzt irgendwas, auf irgendwas schlagen oder es muss ja auch irgendwie raus, ne, also dieses Unterdrücken oder wie schaffe ich, dass ich die Wut wieder loslassen kann. Genau, ja. Das ist, ähm, sehr, ähm, kann sehr schwierig sein, nämlich, wenn wir, äh, über längere Zeit, ähm, quasi, äh, unsere Wut unterdrückt haben, ne. Das ist wie so dieses Modell von diesem, oder dieses Bild von diesem, ähm, Kochtopf, der brodelt und brodelt, ne. Und wir halten den Deckel schön drauf. Und das braucht sehr viel, äh, Energie, sehr viel Lebenskraft geht da rein, einfach den Deckel drauf zu halten, ne. Und wenn dann irgendwas Kleines passiert, dann explodiere ich vielleicht, ne, weil, weil ich das schon so lange zurückhalte. Und da kann es schwierig sein, ne, sich einen, ne, spontanen und angemessenen Wutausdruck, ähm, zu erlauben, oder den zu leben, weil eben schon die ganze alte Wut dann hochkommt, ne. Und da geht es darum, ne, ja, ein bisschen zu schauen, wo kommt denn diese alte Wut her und, ähm, die dorthin zu schicken, wo sie entstanden ist, sagen wir mal, ne. Weil diese Wut entsteht ja daraus, dass meine Bedürfnisse über längere Zeit frustriert worden sind, ne. Und ich habe das nicht ausgedrückt und in mir gehalten. Und da geht es erstmal in Therapie darum, diese, diese alten Wut erstmal Raum zu geben, ne. Dass die, dass die sich mal, ähm, ja, ausdrücken kann oder zeigen kann. Und wenn ich das mal gemacht habe, dann, ähm, ist viel von diesem Dampf, von diesem Druck weg. Und dann geht es darum, einen, ja, natürlichen, spontanen und auch sehr angemessenen Ausdruck für diese Wut zu finden. Das kann zum Beispiel sein, indem ich sage, ja, was du jetzt gesagt hast, das passt nicht für mich. Das hat mich jetzt wütend gemacht, ne. Ich finde eigentlich nicht, dass ich, äh, weiß ich nicht, äh, da einen Fehler gemacht habe oder ein Versager bin, wenn ich, also, ne. Das ist eine sehr angemessene Art und Weise mit dieser Kraft, die ich dann fühle, in Kontakt zu gehen. Also es ist quasi auch mein Gegenüber mitzuteilen. Genau. Das ist, was es gerade in mir ausgelöst hat. Weil das lernen wir ja auch nicht. Genau. Und wenn die Wut halt sich anstaut und halt schon zu viel ist, ne, dann, dann, äh, ist es halt nicht mehr konstruktiv, sondern dann, dann mache ich vielleicht Anschuldigungen, ne, weil ich schon so unter Druck bin und sage ich so, ja, du hast das und das gemacht und, ähm, das, das, äh, und Anschuldigungen. Ja, du bist ja, du bist ja, ähm, ja, viel zu kritisch, das und so, ne. Und dann mache ich die Anschuldigungen, ne, und das verhindert halt irgendwie eine konstruktive Art und Weise, dass, ähm, ja, gemeinsam eigentlich, ähm, Bedürfnisse ausgetauscht werden und ein Kompromiss oder eine Lösung gefunden wird. Passiert aber oft, weil eben, eben die Wut schon lange Zeit unterdrückt wird oft und dann halt sie sehr heftig kommt, ne. Du hast jetzt eigentlich auch schon, ähm, beantwortet, was ich dich noch fragen wollte, weil die Wut an sich kommt ja dann, hast du jetzt auch gesagt, wenn ich mich in meinen Bedürfnissen übergangen fühle oder es nicht schaffe, meine Bedürfnisse auszusprechen oder auch klarzumachen, ist es dann, ähm, so, dass wir eigentlich da vielleicht auch mit als erstes mit ansetzen müssen, wenn wir selbst uns beobachten, dass wir versuchen zu lernen, uns klar zu werden, was brauche ich, was will ich und das dann auch natürlich nach außen, ähm, in entsprechender Art und Weise zu kommunizieren. Genau, ja. Also nicht davon auszugehen, dass mein Gegenüber das immer weiß, sondern auch, für mich einzustehen und zu sagen, okay, gerade eben bräuchte ich das und das. Also kann man das so vielleicht, äh, ja, da auch so rangehen? Ja, das ist genau das, ja. Mhm, genau. Also die Wut ist dafür da, unsere eigenen Bedürfnisse in Kontakt zu bringen, dass die erfüllt werden. Und oft haben wir eben gelernt, ähm, als Kinder, dass das nicht angebracht ist, unsere eigenen Bedürfnisse sind nicht angebracht. Mhm. Aber das, ähm, stimmt nicht, ne? Es sind nur unsere Eltern gewesen, die damit nicht umgehen konnten. Und, ähm, unsere Bedürfnisse sind berechtigt, ne? Und als erwachsene Person kann ich die kommunizieren. Und ich erwarte vielleicht, dass mir dann diese Bedürfnisse nicht erfüllt werden, weil ich das als Kind gewohnt bin. Und deswegen kommuniziere ich sie auch schon gar nicht mehr, ne? Mhm. Aber wenn ich sie eben schaffe, zu kommunizieren, darum geht's, dann kann ich die Erfahrung machen, dass das Gegenüber, dass ich jetzt nicht mehr meine Mutter, mein Vater ist, das ernst nimmt. Und dass meine Wünsche erfüllt werden oder dass meine Bedürfnisse gehört werden. Und daraus entstehen, oder können, ähm, ja, sehr zufriedenstellende Beziehungen entstehen, ne? Wenn ich mit diesen, meinen Bedürfnissen in Kontakt gehe, ne? Mhm. Genau. Und dann als zweites auch, ne? Was will denn der andere und wo können wir uns treffen? Aber wenn ich meine Bedürfnisse gar nicht mehr spüre, ne, oder sie gar nicht mitteilen kann, ne? Dann ist es auch sehr schwierig, ähm, nicht frustriert zu werden oder überhaupt, ähm, Beziehungen zu führen, die mich zufrieden machen. Was würdest du denn sagen, wenn, ähm, wie gehe ich denn als Eltern damit um, dass ich meinen Kindern, dass ich meine Kinder dabei unterstützen kann, ihre Gefühle zu spüren oder auch die Wut rauszulassen? Mhm. Weil, ähm, da gibt es ja oft dann auch vielleicht so weiter, wie man selbst erlebt hat, ne? Ja. Und, ähm, ja, was kann ich als Elternteil zum Beispiel tun, wenn mein Kind seine Bedürfnisse vielleicht anders zeigt, als ich mir das wünschen würde? Ja, ja. Ja, ich bin jetzt kein Vater, ne? Aber, ähm, da ist es ganz wichtig, ähm, erst mal nicht wegzugehen, ne? Ja. Da zu bleiben. Das einfach zu sehen, das Kind zu sehen, ähm, und nicht den Kontakt abzubrechen, das, ähm, sehr schmerzhaft für Kinder ist, der Kontaktabbruch, ne? Wenn man da den Kontakt abbricht, dann, dann, ähm, dann lernt das Kind sehr schnell, na, das ist nicht angebracht, wenn ich mich so verhalte. Lernt dieses Gefühl zu unterdrücken oder das Extreme, ne, dieses Gefühl immer zu zeigen, sehr, sehr stark zu zeigen, damit es endlich gesehen wird. Mhm. Genau. Also erst mal einfach da bleiben und das auch als erwachsene Person einfach mal lernen, das auszuhalten, dass es jetzt, dass das Kind jetzt gerade wütend ist, ne? Und andere Bedürfnisse hat, als ich die als Eltern teilhabe, auch vielleicht. Und wenn man da bleibt, ne, dann beruhigen sich ja Kinder oft wieder, ne? Ja. Genau. Also wenn man da bleibt, ne? Und dann versuchen, Verständnis dafür zu entwickeln, warum, also, warum das Kind jetzt irgendwie wütend ist, ne? Genau, aber dann auch Grenzen setzen, ne? Ja, ich verstehe, dass du wütend bist, Verständnis sage, ich verstehe, dass du wütend bist, aber das geht jetzt nicht, ne? Aus dem und dem Grund. Mhm. Ja. Aber halt, genau, den Kontakt gehen, ne? Nicht weggehen. Das Schlimmste ist eigentlich weggehen. Weggehen. Es ist ja eigentlich in jeder Beziehung so, ne? Das Weggehen ist eigentlich immer mit das Schlimmste, ne? Genau. Weil, ja, als Kind hat es besonders schlimm, weil wenn sich die Eltern abwenden, dann bin ich ja als Kind hilflos und ich brauche ja meine Eltern, um meine Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist sehr bedrohlich für ein Kind, wenn die Eltern weggehen, Kontakt abbrechen. Ja. Ja, David, was mich auch noch interessieren würde, wäre, zum Beispiel, wenn man wütend ist und anfängt zu weinen, dann ist es ja eigentlich, ja, würde man sagen, Traurigkeit, ne? Ist mit Weinen assoziiert. Aber es gibt ja auch Leute, die fangen bei der Wut an zu weinen. Ja. Ja. Wie, ja, wie erklärst du dir das? Mhm, ja. Ähm, das ist, ähm, ziemlich schlau erlernt, weil, ähm, Wut ist tendenziell, ähm, 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 ein Gefühl, was ja oft in der Familie, wo wir aufwachsen, von unseren Eltern sanktioniert wird in einer Art und Weise, ne? Also, zum Beispiel, wir werden auf unser Zimmer geschickt oder die Eltern, ähm, brechen die Kontakt ab und, ähm, dann lernen wir aber, ne, wenn wir weinen, ne, dann wenden sich unsere Eltern vielleicht zu oder sie trösten uns, ne? Und da bekommen wir, ähm, ja, irgendwie die Aufmerksamkeit, die wir auch brauchen. Und dann lernen wir eben, anstatt der Wut, ihnen die Traurigkeit zu zeigen, weil das, äh, in unserer Familie zu dem, eher zu dem führt, was, ähm, ja, so, es führt nicht zu dem, was wir uns wünschen, aber es ist besser als Kontaktabbruch, ne, was wir dann bekommen. Wir bekommen dann vielleicht Zuneigung, genau. Und da sind Kinder sehr schlau, ähm, genau. Das kann aber im Erwachsenenalter zu vielen Problemen führen, weil wenn ich immer traurig bin, anstatt wütend, dann, ähm, dann wird nicht in meinem Körper die Kraft mobilisiert, um Dinge zu verändern, sondern dann, ähm, ja, dann werde ich ja eher handlungsunfähig oder eben akzeptiere die Dinge so, wie sie sind, obwohl ich sie eigentlich ändern möchte oder ändern könnte. Ja. Genau, und das ist auch Teil, ja, von einer Depression auch, ne? Sich handlungsunfähig und klein zu machen, in die Trauer zu gehen, anstatt kraftvoll aufzutreten, die Wut zu leben. Und wenn, ähm, man, ähm, die Wut eine ganze Weile unterdrückt oder sein halbes Leben vielleicht unterdrückt, ähm, würdest du sagen, dass daraus, ähm, psychische Erkrankungen entstehen können? Ja. Also, ich hab mal gehört, zum Beispiel, ja, ich hab mal gehört, zum Beispiel, dass, äh, eine unterdrückte Wut, so eine Angststörung, dass dann irgendwie die Angst die Oberhand gewinnt, wenn die Wut nicht raus kann, ne? Und man das dann eher auf eine andere Art und Weise zeigt, dass die Seele sich schon irgendwie halt ihren Weg sucht, um das rauszubringen, was sie, ähm, sagen will, aber dann halt vielleicht auf eine andere Art und Weise. Ja, oder eben so eine Depression, ne? Also, ähm, was ich sehr gerne auch in Therapie sage, was auch ein bisschen provokant ist, ist, ähm, von Marshall Rosenberg, so der, der Typ, der gewaltfreie Kommunikation quasi erfunden hat, der sagt ganz, ähm, provokativ, ja, Depression ist die Belohnung fürs Bravsein. Naja, da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ja, okay, ja, krass. Wenn, genau, ähm, wenn, ähm, ich so lange meine eigenen Bedürfnisse ja nicht, ähm, in Kontakt bringe, dann werden die ja auch nicht erfüllt. Und dann gibt es ja nur noch wenig, was irgendwie sich sinnvoll anfühlt, ne? Und wenn meine eigenen Bedürfnisse erfüllt werden, dann entsteht, ähm, irgendwie ein Gefühl von, ja, das war jetzt gut, das war richtig, ähm, von Sinn, ne? Und wenn ich dann keinen Kontakt mehr habe zu meinen Bedürfnissen, und dafür brauche ich eben diese Kraft, ne? Ganz klar zu sagen und zu fühlen, was ich, was ich auch brauche, was ich möchte. Ähm, genau, wenn dieser, ähm, Kontakt nicht mehr da ist, dann, ähm, ähm, gibt es auch nicht mehr viel, was, was mir ein Gefühl von Sinn oder Freude gibt, ne? Also ist eigentlich die Wut, ähm, ein Geschenk, wenn man es mal so betrachten kann, wenn wir sie fühlen können und, ähm, ja, mit ihr arbeiten können, sag ich jetzt mal, weil sie uns den Weg zu unseren Bedürfnissen aufmacht eigentlich, ne? Die konstruktive Wut ist ein, ist auf jeden Fall ein Geschenk, ne? Ja. Mhm. Und das Problem ist nur, dass wir irgendwie auch sehr wenig Vorbilder haben, ähm, von Erwachsenen, die einfach einen guten und konstruktiven Umgang mit ihrer Wut haben. Also wir lernen nicht, oft nicht, wie wir mit diesem Gefühl, ähm, umgehen können, was eigentlich positiv dran ist, ähm, oft sehen wir ja auch irgendwie die zerstörerische Seiten von, von Wut, ne? Die, diese Wut, die dann, ähm, sich Beschimpfungen äußert, in Gewalt, ne? Weil, ja, die, wenn die Wut zu viel wird, dann äußert sie sich eben so zerstörerisch, ne? Und wenn sie aber konstruktiv ist, dann ist sie dafür da, um Klarheit, ähm, zu geben, innere Klarheit, um in die Handlung zu kommen, handlungsfähig zu sein. Ja. Ja. Das ist eigentlich auch für mich schon ein sehr gutes Schlusswort, die Wut zum, also als Weg zur inneren Klarheit. Ich finde, das, äh, gibt uns auch ein bisschen wieder was zum Nachdenken auf. Deswegen, ähm, möchte ich mich jetzt auch bei dir bedanken, David, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit mir zu unterhalten. Und, ähm, von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich mich dann auch jetzt verabschieden. Und von dir auch, David, danke dir. Danke, ja. Und wir hören uns dann vielleicht beim nächsten Podcast. Bis dahin. Tschüss. Und wir hören uns dann. Tschüss.